FC Bayern, Sportdirektor Christoph Freund deutet Wintertransfers an, Updates zu Thomas Müller und Sven Ulreich Die Personalsituation des FC Bayern München beschäftigt die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters auch nach der Länderspielpause weiter. Sportdirektor Christoph Freund hat angekündigt, dass es in der kommenden Transferperiode hinsichtlich des zusammengestellten Kaders viel zu tun gäbe. Freund äußerte sich auch zu den Personalien von Thomas Müller und Sven Ulreich. Das Wintertransferfenster ist nie einfach, erklärte Freund am Freitagabendspiel zwischen dem FC Köln und dem FC Bayern am Mikrofon von Dazon. Aber wir sind hinten nominell nicht in einer guten Position. Dazu kommen noch der Afrika Cup und der Asien Cup, betonte der 46-Jährige. Wir haben in den kommenden Wochen noch viel Arbeit vor uns. Den Rekordhaltern bereitet das Kopf zerbrechen, zumal die Verteidiger regelmäßig ausfallen. So musste der ausgebaute Sechser Konrad Reimer in dieser Saison mehrfach auf die Rechtsverteidiger-Position wechseln. Und auch Leon Goretzka musste im DFB-Pokal gegen Preußen Münster als Rennenverteidiger aushelfen. Ein Freund bringt Müller und Ulreich auf den neuesten Stand. Was die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung des Bayern-Routiniers Thomas Müller angeht, äußerte sich Freund etwas zurückhaltender. Wir haben eine offene Kommunikation mit ihm, sagte der Sportdirektor. Er ist nicht nur ein Spieler. Thomas Müller und der FC Bayern, das ist eine ganz besondere Geschichte, betonte er die Bedeutung des Weltmeisters von 2014. Informationen zu seinem Ersatz der Wart Sven Ulreich sollen bald bekannt gegeben werden. Mit dem 35-Jährigen, dessen Vertrag wie Müller im Juni 2024 ausläuft, müssen noch vor Weihnachten eine Einigung erzielt werden.